Hallo, lieber Klaus. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst, um heute mit mir zu sprechen. Und zwar von Florida nach Deutschland. Du betreibst ja eine Seite, die heißt Grenzenlos Leben. Ist das richtig? Das ist richtig. Und ja, du gibst Tipps und Hinweise, gerade jetzt zu dieser Corona-Zeit, welche Länder geeignet sind, möglichst frei noch zu leben. Und darüber freue ich mich sehr, dass du das tust und den Nutzern meiner Gruppe Netzwerk Reisen dann ein paar Fragen beantwortest. Darüber freue ich mich sehr. Vielen Dank dafür. Gerne. Schieß los. Ja, was sich als allererstes als Frage stellt, ist natürlich, wie lange bist du denn schon in Florida? Ich lebe seit 2014 in Florida. Die Grinkert habe ich 2011 gewonnen. Und Amerikaner bin ich seit 2019. Wow. Und wo kommst du ursprünglich aus Deutschland her? Ich habe in nahezu allen Regionen Deutschlands gelebt. Ich bin mal in Braunschweig geboren worden. Und der letzte Standort, den ich in Deutschland hatte, war in einem kleinen Ort bei Lüneburg. Bei Lüneburg? Das ist ja fast bei mir um die Ecke. Da wohnt mein Sohn. Sehr schöne Ecke. Ja, das ist doch fein. Wie ist bei dir der Prozess gewesen, dich dafür zu entscheiden, aus Deutschland wegzugehen? Der Prozess war der 9. November 1989. Aha. Die Vereinigung. Und da wusste ich für mich, Deutschland ist untergegangen. Und es kommt von da ab nur noch Negatives. Und da habe ich beschlossen auszuwandern, habe dann aber den Fehler gemacht, meine erste Grinkert, die habe ich 1989 gekriegt, mich anzunehmen, aus privaten Gründen. Und zur Strafe musste ich dann nochmal 21 Jahre spielen, bis ich sie das zweite Mal bekommen habe. Okay. 21 Jahre musstest du spielen? Ja. Wow. Gut, aber das hat man ja auch schon gehört. Der statistische Durchschnitt ist deutlich niedriger. Die Chance aktuell liegt bei 1 zu 25. Wenn ein Ehepaar spielt, liegt sie bei 1 zu 12,5. Bei ja zwei Spielen. Und insofern gibt es keine Lotterie auf der Welt, die eine höhere Erfolgsaufsicht bietet, als die Grinkert. Das stimmt. So betrachtet schon. Ich habe eine ehemalige Arbeitskollegin, die hat das wirklich unendlich lange versucht und hatte keine Chance. Aber das gehört ja auch dazu. Es ist ja dann schließlich eine Lotterie. So ist es dann halt. Und als du dich entschieden hast, zu gehen aus Deutschland, hattest du da mehrere Optionen oder war für dich sofort klar, dass es Amerika sein soll? Es gab nie die Alternative für mich. Okay. Denn heute ist es ja so, dass du in deinen Videos ja auch durchaus andere Länder empfiehlst und sagst, auch da kann man durchaus hingehen. Und das sind auch wunderbare Länder und jedes Land hat auch so ein bisschen seine Vorteile oder auch seine Nachteile natürlich. Aber für dich war klar, dass es eben Amerika sein wird. Ja, immer. Und es war für mich alternativlos. Und ich wollte nach Amerika. Für mich ist Amerika Freiheit. Das ist auch heute noch so. Und vor dem Hintergrund war das mein Herzenstil oder mein Wunschstil. Da bin ich jetzt. Und das heißt nicht, dass es nicht in anderen Ländern auch schön ist und dass man nicht in anderen Ländern auch hervorragend leben kann und glücklich sein kann. Und mein Glück ist, dass ich knapp 100 Länder auf dieser Welt gesehen habe. Und insofern kann man den Menschen schon sagen kann, was geht und was geht wo nicht. Und es gibt viele falsche Vorstellungen. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ja. Was aus deinen Videos ja auch hervorgeht, ist, dass du sehr gut vernetzt bist und eben auch Menschen jeweils vor Ort hast, mit denen du dich über die brennenden Themen sozusagen dann austauschen kannst. Und das macht das natürlich auch so besonders wertvoll, ne? Und als du die Entscheidung getroffen hast zu gehen, hast du dir da auch Unterstützung geholt? Oder war das bei dir schon so, dass du sagen konntest, das brauche ich nicht? Weil vielleicht bist du ja auch vorher schon ein paar Mal in Amerika gewesen oder so. Ich war oft in Amerika vorher und ich bin ein Mensch, der alles selber macht. Und insofern habe ich alles auf eigenem Haus gemacht, mir alles an den Hacken abgelaufen, alle meine Fehler selber gemacht, nie jemanden gefragt. Ich frage nie Leute, ich probiere es lieber aus. Und dadurch habe ich einen Vertrag erwerben dürfen, der ziemlich breit geworden ist. Und so im Nachhinein würdest du sagen, wäre es besser gewesen, sich doch Unterstützung zu holen? Oder ist das einfach so eine Persönlichkeitsfrage? Würdest du auch anderen sagen, die jetzt persönlich so gestrickt sind, dass du sagen würdest, macht einfach und lernt aus euren Fehlern? Ja, absolut. Auswandern bedeutet, einfach vorwärts sich zu bewegen. Und das ist auch das, was ich mir anschaue, wenn ich von Menschen gefragt werde, ob ich sie begleiten kann, ob ich zu der Auffassung komme, dass diese Menschen schon an dem Punkt sind, gehen zu können, auswandern zu können. Denn Auswandern ist am Ende eine Frage des Mindsets und eine Frage der inneren Einstellung und der Haltung. Und der dreh- und lange Punkt ist, das kannst nur du selber entwickeln. Das muss in dir selber wachsen und alle, wirklich alle, die ihr Auswandlungsziel danach suchen, ob das Ganze jetzt in Amerika, in Costa Rica, in Panama, in Bolivien, in Peru, in Tansania, in Indonesien, egal wo, möglich ist, in ihrem Umfeld, in ihrem Mief zu bleiben, die scheitern alle. Und die fahren über fünf Jahre lang nach Hause. Ich habe diese Comedys früher ab und zu mit angeguckt, ob das nun die Reimanns waren oder ob das andere Auswanderersendungen waren. Aber ich habe relativ früh schon immer die Leute festlegen können, die wieder nach Hause mussten. Und dann auch nach ein oder zwei Jahren nach Hause gefahren. Wer als erstes im Zielland nach Bratwurst, nach deutschen Nachbarn, nach deutschen Traditionen sucht, oder Schweizer oder Österreicher, die Schweizer haben das auch gut drauf, sich nicht unbedingt sofort assimilieren zu wollen oder zu können. Wer das also tut, der scheitert mit hoher Wahrscheinlichkeit. Auswandlungslernen heißt, alles, was man bisher gelernt hat, hinter sich zu lassen, komplett neu anzufangen, offen zu sein für das, was die Menschen in dem neuen Umfeld einem geben und lernen, lernen, lernen. Und das kann man nicht lernen, kannst du nicht von anderen. Du kannst, auch wenn ich jemanden an die Hand nehme und begleite und berate, und ich berate sehr viele Menschen, das Doing ist bei den Menschen. Und deswegen suche ich mir schon aus, wen ich beraten kann, weil Beratung ist nicht Babysitting. Nein, ich verstehe das so, dass du halt jetzt nicht die Verwaltungsarbeiten übernimmst, sondern dass du eben die Hinweise gibst, an was zu denken ist und um was man sich zu kümmern hat und wo man das dann auch machen kann, oder? Ich schreibe den Leuten auch komplette Businesspläne, das ist jetzt nicht das Problem. Aber wenn ich merke, dass jemand immer wieder überlegt, und das ist auch für den Menschen, für jemanden, der über Auswandern nachdenkt, wenn du auswandern willst, wenn du darüber nachdenkst, du willst welches Land auch immer verlassen und du denkst die ganze Zeit, soll ich, soll ich nicht, ach, hier ist es auch, vielleicht wird es hier ja noch besser und vielleicht ändert sich das ja wieder. Dann bleib. Auswandern heißt loslassen. Zu sagen, das war's. Und einen Strich zu ziehen. Und sich für neue Abenteuer, für neue Erfahrungen zu öffnen. Und das ist nicht jedermanns Sache. Und man sollte auch niemanden dazu zwingen und sagen, du musst jetzt das machen. Und nur weil der PCR-Test oder die Impfung oder irgendetwas, was mir nicht gefällt, kommt, das reicht nicht als Grund zum Auswandern. Okay. Aber kannst du verstehen, dass es eben Menschen gibt, die jetzt sozusagen das als letzten Impuls haben und sagen, so, jetzt ist das auch noch eingetreten und jetzt ist die Zeit einfach dafür reif? Ja, absolut. Ich kriege seit letzter Woche über 100 Zuschriften jeden Tag. Wow. Ja, ja. Also der Kessel kocht in Deutschland. Und in der Schweiz, in Österreich weniger. Das ist komisch. Aus Österreich habe ich die letzten sieben Tage ganz wenig gekriegt. Aber aus der Schweiz ist es förmlich explodiert, wobei ich nicht weiß, warum. Und natürlich aus Deutschland. Und kannst du da irgendwie so sagen, ist das eine bestimmte Altersstruktur, die sich da jetzt mit diesem Thema befasst? Oder geht das einmal komplett durch? Durch alle Altersstrukturen, durch alle Gesellschaftsschichten. Wie schätzt du das ein? Ich kann da überhaupt keinen Fokus erkennen auf Altersgruppen, Lebensformen. Das sind Pärchen, das sind Ehepaare, das sind Singles, das sind alte Menschen, das sind junge Menschen. Das sind arme Menschen, das sind reiche Menschen. Die Menschen werden durch eins vereint. Und die sind in einer Bewusstheit, dass sie das, was sie erleben, nicht länger erleben wollen. Ja. Ja. Das stimmt. Und kannst du so ein bisschen festmachen, wie lange du gebraucht hast, als du dann tatsächlich ausgewandert warst, um zu sagen, so jetzt bin ich angekommen, das ist jetzt hier meine neue Heimat, mein neues Zuhause. Weil ich glaube, das ist ja für viele so die Überlegung, also so eine Angstschwelle, dass sie sagen, schaffe ich das überhaupt, mich zu integrieren und anzukommen und dieses noch einmal neu anfangen, also positiv dann abzuschließen. Das ist eine zweigeteilte Frage. Die Frage ist für mich, ich bin angekommen im Februar 2014, als ich die Schlüssel von meinem ersten Haus bekommen habe. Da bin ich angekommen, aber das ist eine Frage des Mindsets. Ich wollte ja weg. Ja. Ich wollte ja eh nicht lange weg. Mich hat das ja gestört. Die Dringart habe ich 2011 aktiviert, dann musste ich noch einige Dinge in die Reihe bringen und dann bin ich schließlich am 14. Februar 2014 final endgültig hier hergegangen. Bin dann noch gelegentlich hin und her oder bin zu der Zeit noch hin und her geflogen, weil ich auch noch Business in Deutschland gemacht habe und in Österreich, in der Schweiz und in anderen europäischen Ländern auch. Aber der Dreh- und andere Punkt war, hier, ich habe weggewollt. Ich habe mich nie als Deutscher gefühlt, weil mir das alles zu piefig war und zu spießig ist und das bekomme ich zum Beispiel von ganz viel. Ich habe gerade, bevor wir miteinander sprachen, mit einer interessanten Dame aus der Schweiz oder mit einer Schweizerin gesprochen und die hat das so wunderschön gesagt und hat gesagt, die lebt jetzt auch schon eine Weile in Deutschland, fast 20 Jahre und sie sagt, die hat die Piefigkeit in Deutschland nie assimilieren können oder hat sich dem nie anpassen können. Und das ist das, was mir dadurch, dass ich früh angefangen habe zu reisen und viel, viel in meinem Leben gereist bin, ich kenne auch wirklich Deutschland sehr gut, ich kenne fast jeden Winkel Deutschlands, mir ist überall aufgefallen, dass das eine komplett andere Art des Lebens ist als in vielen, vielen anderen Ländern. Dafür muss man reisen. Das ist zum Beispiel auch wieder ein Unterschied. Urlaub, Reisen, Auswand. Das sind drei verschiedene Dinge, die viele Menschen, wenig bis gar nicht oder niemals manche, verstehen und lernen aus dem einfachen Grund, weil, ja, viele denken, Urlaub ist Reisen. Und manche, die gut reisen können, denken, Auswand, das ist ganz einfach. Und das ist dann nochmal ein ganz anderer Schritt. Also über dieses Thema hast du ja auch ein Video gemacht. Das finde ich auch sehr, sehr spannend und habe ich mir auch mit Freude angehört, weil tatsächlich man sich ja auch wenig Gedanken darüber macht, wo da tatsächlich die Unterschiede liegen könnten in diesen drei Bereichen. Jetzt hast du schon einmal angesprochen, dass Amerika für dich ein besonderes Land ist, weil du dort Freiheit leben kannst. Dann schließe ich auch daraus, dass eben Freiheit für dich ein wichtiges Gut ist. Und wenn du dir jetzt überlegen würdest, aus irgendwelchen Gründen, du müsstest jetzt nach Deutschland zurück, wäre das überhaupt für dich zu ertragen mit dem, was jetzt hier so abläuft? Also man muss als erstes sagen, ich kenne die derzeitige Situation ja nur aus Schilderungen von Menschen, die sehr betroffen sind oder die nichts merken. Dazwischen gibt es kaum was. Ja, das stimmt. Das ist ja, das erlebt jeder. Ich kenne ja viele Menschen in Deutschland und ich würde sagen, eine nicht kleine Gruppe, ich würde sagen die Mehrheit, schnallt überhaupt nicht, was abgeht. Ja. Lebt in einem Tiefschlaf, der schon fast an Verwesung erinnert. Und dann kenne ich die anderen Menschen, die sehr aufgewacht sind oder teilweise auch verzweifelt sind. Und ja, ich kriege Zuschriften, die kann ich teilweise nicht veröffentlichen, weil die wirklich, die sind herzerreifend, das kann man nicht anders sagen. Das, was den Menschen passiert, widerfährt, gerade Familien mit Kindern, was den Kindern zugefügt wird, ist für mich so unsäglich, dass man Schwierigkeiten hat, seine Wut, jedenfalls ich, die einen dabei erfasst, zu zügeln. Und deswegen ist meine Antwort auf die Frage nach Deutschland. Das kann ich mir wirklich in der aktuellen Situation und ich glaube auch noch in einigen für die nächsten Jahre nicht vorstellen. Weil vor Deutschland liegt ein Absturz, der ist so brutal, den stellen sich die meisten überhaupt noch nicht vor. Denn das, was gerade läuft, ist das Vorspiel für das, was kommt. Ja, also ich hatte auch das Gefühl, dass jetzt so im Verlauf deiner Videos, die du gemacht hast, deine Sprache auch deutlicher geworden ist, was die Situation anbelangt. Also, dass du zum Beispiel sagst, wann wacht ihr auf? Oder was muss noch passieren, damit ihr euch entscheiden könnt? Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele, die einfach in ihrem Alltag noch so sehr verwachsen sind. Und das sind natürlich insbesondere Menschen, die auch noch voll im Berufsleben stehen, die vielleicht noch Kinder haben. Und da den richtigen Zeitpunkt für sich auch zu erkennen, weil du sagst, das muss ja auch im Kopf stimmen. Aber in unserer Lebensform ist das ja ganz oft so, dass wir gar keine Chance haben, auf unser Herz, unseren Bauch und unseren Verstand dann auch mal zu hören, weil man so eingebunden ist im Alltag. Und ich glaube, das ist eben auch aus dem Grunde für viele eine schwierige Sache, die Entscheidung dann letztendlich auch zu fällen. Und was ich auch festgestellt habe, insbesondere so dieser Moment, wann genau wird, ist es vielleicht auch nicht mehr möglich, das dann zu entscheiden. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig für viele Menschen. Ist es denn für dich jetzt noch so, dass du auch noch viel auf Reisen bist, jetzt auch von Amerika aus, dass du durch Amerika reist oder andere Länder auch besuchst? Aktuell sind wir das letzte Jahr nur in Florida gereist, weil es nicht attraktiv ist, Florida zu verlassen. Und in irgendwelchen Mall-Corp-Gegenden dann sich von irgendwelchen Leuten, die Menschen sind hier viel, viel gelassen. Das muss man dazu sagen. Also so durchgeknallte Geschichten, wie sie mir aus Deutschland berichtet werden oder wie ich sie auch teilweise in Videos sehen musste, muss man dazu ja fast sagen. Nein, ich musste mir die Videos nicht angucken. Also insofern habe ich mir das selber gegeben und selber entschieden, das zu erfahren. Aber solche Sachen gibt es hier objektiv nicht. Aber es ist nicht, wir sind bis vor einem Jahr, also bis Anfang letzten Jahres regelmäßig nach Hawaii geflogen, waren jedes Jahr einige Monate auf Hawaii auch, weil es ist einer der schönsten Plätze der Welt. Und das ist over, weil der Gouverneur von Hawaii völlig durchdreht und da eine Corona-Diktatur errichtet hat, die Hawaii faktisch zerstört hat, die Hawaii auch zerstört hat. Das ist leider nicht. Aber das ist nicht weit zu schlimm. Also wir haben unseren Camper, also ein sehr großes Wohnmobil, nicht ein Wohnmobil, das nennt man Fiftzwil, das sind riesige Anhänger. So ein Ding hat dann mal 50, 60, 70 Quadratmeter Wohnfläche, wenn man die Seite ausfährt. Und damit kann man auch gut durch die Gegend fahren und das Land entdecken und erkunden. Du hast ja auch in einem Video gesagt, dass in Amerika insbesondere die republikanischen Staaten gelassener mit der Situation umgehen, als die, die demokratisch verwaltet werden, sage ich mal. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist einfach eine riesengroße Diskrepanz. Und dieses Land ist zutiefst gespalten. Das wird nur in den Medien in Europa nicht so klar und vernünftig erklärt. Und das wird bewusst nicht erklärt, weil das würde ja die Menschen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz aufwachen lassen. Der Stand hier in Amerika ist vergleichbar. Das hast du jetzt vielleicht nicht so mitbekommen, weil du jünger bist, aber der ist vergleichbar mit der Situation 1968 in Deutschland. Also der Studentenbewegung, wo danach auch dann eine tiefe Spaltung da war, wo es Kommunismus gab, KBW, MSB Spartakus und solche Organisationen, die gab es alle in Deutschland. Und da gab es auch noch politische Auseinandersetzungen. Mittlerweile gibt es die ja in Deutschland nicht mehr. Wir haben mittlerweile in einer neuen Einheitspartei regiert. Und vor dem Hintergrund ist Amerika wirklich ganz klar zweigeteilt und die Spaltung ist tief. Und die geht auch so weit, dass man sagt, jedenfalls tun das viele, dass man keinen Wert darauf legt, mit Demokraten oder vice versa mit Republikanern Kontakt zu haben. Weil es bringt nichts. Weil die Gedanken, die Meinungen, die Überzeugungen sind einfach ein riesiger Unterschied. Aber die Toleranz zwischen den Gruppen ist hier viel, viel größer als in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Insofern kann man es nicht eins zu eins vergleichen. Aber die Spaltung, die ist abgrundteam. Okay. Nun wird es ja so sein, dass ihr in republikanisch geführten Staaten auch Demokraten habt. Aber selbst da ist die Toleranz dann auch gewährleistet, dass das jetzt nicht wirklich so... Also was wir ja jetzt hier in Deutschland erleben, ist ja oft wirklich schlimmste Diskriminierung und ja fast schon Hass, der einem entgegenschlägt. Kann man sich das... Ja, das kann man jetzt nicht von der Hand weisen. Man kann nicht sagen, dass hier ist das Paradies, wo es überhaupt keine Konflikte gibt. Es gibt auch erschütternde Videos und Nachrichten und Aufzeichnungen über das Verhalten von Kirchen. Also die katholische Kirche, die evangelische Kirche, das sind komischerweise wieder die Schlimmsten oftmals, setzen ziemlich gnadenlos Mollkorb und wirklich Abspaltung und Trennung und Impfzwang und solchen Blödsinn durch. Eine Baptistenkirche oder andere Kirchen, gerade auch die Kirchen der Schwarzen, sind sehr viel toleranter diesbezüglich. Oder auch die Amish People, das ist jetzt eine Minderheit, die ursprünglich mal aus Deutschland kam, die auch religiös, sehr stark religiös sind, lehnen auch all diese Maßnahmen ab, werden sich nie impfen lassen. Und das ist auch der Vorteil in den USA. Es wird hier nie einen Impfzwang geben, weil das ist unmöglich. Also es gibt hier so viele Waffen, 400 Millionen schätzt man mittlerweile. Dafür hat die Pandemie auch mächtig Umsatz gemacht, dass alle Leute nochmal kräftig nachgekauft haben. Munition ist überall ausverkauft. Und Munition wird in den USA als Investment gesehen, weil der Munitionspreis hat sich vervierfacht in den letzten zwölf Monaten. Das heißt, das ist besser als Edelmetall, sich Munition hinzulegen, aber man kriegt gar keine mehr. Und in dieser Situation, in einem solchen Land über Impfzwang zu reden, ist freundlich formuliert Spaß. Würdest du sagen, dass der Amerikaner an sich eben eher bereit wäre, auch mit Gewalt seine Rechte zu verteidigen? Ja. Nicht nur, also, ja, jeder. Ja. Und hier hat auch jeder genügend, also jeder nicht, aber die Menschen, die freiheitsliebend sind, die haben alle genügend Waffen, genügend Munition und benutzen das gegebenenfalls auch. Gibt es denn untereinander... Das muss man dazu sagen, weil hier latscht keiner dir über den Rasen oder durch den Vorgarten, weil man halt weiß, dass das nicht erlaubt ist. Und weil man weiß, dass es das Recht gibt, dass jemand dann auch seinen Besitz, sein Anwesen verteidigt. Und das erhöht drastisch die Höflichkeit. Die Höflichkeit in Umgangsformen oder höfliche Umgangsformen sind in den USA viel, viel mehr verbreitet als in Deutschland. Weil solche Dinge, wie man sie in Deutschland liest, dass in Deutschland zum Beispiel Messerattacken und Urlund stattfinden, das findet hier nicht statt in aller Regel. Aus dem einfachen Grund, weil irgendeiner mit einer Concealed Permit, also mit einer verdeckt getragenen Waffe, würde denjenigen sehr zeitnah erschießen. Und es ist gefährlich, sich schlecht zu benehmen. Und deswegen tun das auch viele nicht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich ja Kriminalität. Aber das, was in Deutschland dann berichtet wird, wiederum über Schusswaffen in Amerika, das ist ja wiederum ausschließlich politisch motiviert. Denn 70 Prozent der Toten durch Schusswaffen, das ist schlimm, wenn Sie mich falsch verstehen, sind Selbstmord. Das muss man einfach nur wissen. Ein Land, wo viele Waffen verfügbar sind, das ist in Panama so, das ist in Mexiko so, das ist in Costa Rica so, das ist eigentlich in fast allen Ländern auf dem amerikanischen Kontinent so, da gibt es die beliebteste Selbstmordvariante, sich selber zu erschießen. Aber Waffengewalt, so wie sie mal dargestellt wird, die gibt es nicht in der Form. Nun wird ja so dem amerikanischen Volk gerne so im Schubladendenken nachgesagt, dass sie sehr oberflächlich sind. Und da würde mich einfach interessieren, gibt es eigentlich auch tatsächlich so einen echten Zusammenhalt, wenn das jetzt so zu ernsthaften Situationen kommt, dass man tatsächlich auch füreinander da ist und füreinander einsteht? Ich bin sicher, dass es hier mehr Zusammenhalt gibt, als es in Deutschland in den anderen Gegenden, Städten, Gemeinden, selbst kleinen Orten gibt. Ein einfaches Beispiel, wenn jetzt hier Dinge, warum auch immer, aus dem Ruder laufen würden, dann würde eine Nachbarschaft komplett zusammenhalten. Und das hat es auch immer wieder gegeben in Amerika, dann bilden sich in den Nachbarschaften praktisch, ich will es jetzt nicht Bürgerwehren nennen, aber bilden sich Strukturen raus, die die Nachbarschaft verteidigen. Und das geht, da geht es so weit, also die Leute hier mähen unaufgefordert den Rasen beim Nachbarn, wenn sie sehen, der ist zu hoch und der ist krank. Also das ist die nächste Liebe oder das gegenseitig Helfen ist hier um ein Vielfaches höher als in Deutschland. Das ist hundertmal höher. Und das alles, was in Deutschland über Amerika erzählt wird, hat mit Amerika in ganz, ganz vielen Fällen wirklich nichts zu tun und ist wodurch auch immer motiviert. Einfaches Beispiel, es gibt hier, das weiß jeder, der schon mal durch Amerika gefahren ist, immer wieder die Schilder am Straßenrand, wer hier diese Straße putzt und sauber hält. Und das ist ein Restaurant, das sind die Fahrtfinder und, und, und. Und so, das Gleiche gilt für Parks putzen, das gilt für Tierschutz, das gilt für alle Bereiche. Hier ist alles mit Volunteers organisiert. Und vor dem Hintergrund, der Amerikaner ist sehr, sehr viel großzügiger und sehr, sehr viel mehr sozial engagiert, als ich das je in Deutschland erlebt habe. In der Kirche wird hier in die Kollekte, wenn man da 20 Dollar reinschmeißt, in der Kirche, dann wird man blöd angeguckt, so nach dem Motto. Oder dann, dann kommt schon einer und bringt ein Messenspaket übertrieben formuliert, ob es einem so schlecht geht. Die Amerikaner sind sehr großzügig. Wenn du ins Restaurant gehst, dann wird hier getippt mittlerweile 30 bis 40 Prozent, also Trinkgeld gegeben. Weil die Leute Mitleid haben mit den Leuten, die diesen Job machen und die in der Krise dann teilweise ja auch betroffen waren. Oder ist der Tourismus zurückgegangen in ganz erheblicher Art und Weise. Also das hat natürlich auch teilweise die Einkommen der Menschen getroffen. Und insofern, ich könnte jetzt eine Stunde darüber reden, wie großzügig Amerikaner sind. Und das ist eine ganz andere Kultur. Kann man nicht vergleichen. Und das ist das, was ich sage. Urlaub, Reisen, Auswandern. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass, wenn man jetzt amerikanische Filme zum Beispiel guckt. Also ich denke, in Deutschland ist ja zum Beispiel Beruf und Privatleben komplett irgendwie strikt getrennt. Und wenn man sich so Filme anguckt oder so, habe ich das Gefühl, dass in Amerika da mehr eine Vermischung stattfindet. Und dass man durchaus auch die Arbeitskollegen zum Beispiel als Freunde bezeichnen würde. Und enttäuscht das? Ist das jetzt einfach nur eine falsche Darstellung? Oder ist das auch tatsächlich so, dass es eine ganz andere Lebensform ist? Es ist eine komplett andere Lebensform. Und der Dreh- und Angelpunkt ist der einzige Punkt, wo eine Kritik, die du jetzt noch nicht gefragt hast, die in Deutschland oft genannt wird, ein Stück weit stimmt, ist das Thema, was die Deutschen dann immer stört, Oberflächlichkeit. Ja, das Leben hier ist oberflächlicher, das Leben hier ist schneller. Aber ich will auch nicht mit jedem Sex radieren. Ich bin doch zufrieden, dass mir jemand freundlich begegnet, dass mir jemand höflich entgegenkommt, dass er mir die Tür aufhält, dass er einen Schritt zurückgeht, dass er mir hilft, den Einkaufswagen festzuhalten. Das sind alles Kleinigkeiten, die hier Alltag sind. Und trotzdem ist die Distanz zwischen den Menschen natürlich da. Und deswegen betrachten das Deutsche als oberflächlich, weil Deutsche haben, das ist meine Wahrnehmung, hier ein Problem. Die sind ein Stück weit aufdringlich. Die meinen nur, weil einer ihnen mal geholfen hat, dass daraus gleich eine Freundschaft entstanden ist. Und verstehen nicht, dass eine Freundschaft oder Bekanntschaft auch wachsen muss über die Zeit. Und das stört Amerikaner, wenn Leute dann gleich den machen und sagen, oh, und anfangen zu klammern und, und, und. Und das tun Deutsche ganz gerne, weil die denken dann, oh, und jetzt bin ich, nein, der hat mir geholfen oder die hat mir geholfen oder in der Situation wurde ich sehr freundlich behandelt. Aber da muss ich ja nicht mehr, mehr, mehr schreien, da freue ich mich ab. Ja, ja, das ist bestimmt ein großer Unterschied, ja. Und wie lange betreibst du jetzt eigentlich deinen YouTube-Kanal? Noch nicht ein Jahr. Wie ist es dazu gekommen, warum hast du das mit einmal angefangen? Ich habe das Blog Grenzenlos Leben geschrieben. Ich treue schon lange Zeit unterschiedlichste Menschen. mit Handreichungen, Empfehlungen und Trainings für ein glückliches Leben und Verhalten. Das ist das, was ich viel nenne oder in über 30 Jahren als Konzept entwickelt habe. Also Grenzen zu finden, Grenzen zu erfahren, Grenzen zu entfernen und Grenzen dann auch loszulassen. Und das Loslassen ist das Wichtigste im Leben. Das verstehen nur ganz viele Menschen nicht oder nicht ausreichend. Und ich war gerade dabei, das erste Seminar hier in Florida, erste Retreat für diese vielen Menschen zu bauen. Und dann fing die Pandemie an. Und da habe ich gedacht, nicht so toll, weil mir war, das kann man ja nachlesen, relativ früh klar, was da jetzt wirklich passiert, steht alles auf grenzenlosleben, also grenzenlos-leben.com. Und dieses Blog, das hatte ich für dieses Projekt Grenzenlos Leben im Herbst 2019, muss es gewesen sein, angefangen. Und ja, dann Auswanderungsberatung mache ich seit 2016. Also da werde ich von American Dream seit 2016 empfohlen. Also die Themen sind ja nicht neu für mich. Und jetzt ist die Situation entstanden, dass die Pandemie und Corinna die Welt verändert hat. Und da war mir relativ früh klar, dass Menschen Denkanstöße brauchen können. Und das war der Grund, warum ich den Kanal gestartet habe. War dir das, als du ausgewandert bist, schon klar, dass du sowas mal machen würdest? Oder hat sich das entwickelt? Nein, das war mir nicht klar. Das hat sich entwickelt, genauso wie diese Explosion der Auswanderungsberatung in den letzten drei Monaten. Von mir nicht zu Anfang. Also die Dinge, die ich mache, das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben, die sind zu mir gekommen. Ich bin nicht zu denen gekommen. Auch nicht schlecht, ja. Und ist das auch so ein bisschen so diese Lebenseinstellung, die Dinge mal auf sich zukommen zu lassen und dann zu handeln, wenn sie da sind? Ja, sehr schön. Also erst einmal muss ich dir noch sagen, dass ich dich ganz doll grüßen soll von den Nutzern der Gruppe Netzwerk Reisen, die eben jetzt auch schon viel von dir gesehen haben. Und ich hatte tatsächlich in der Gruppe auch einige, die dich tatsächlich noch gar nicht kannten und die auch sehr begeistert sind, weil du das immer sehr, also du sprichst sehr klar, so eine deutliche Sprache und bist ehrlich, also kommst ehrlich rüber, auch wo man mal, also du sprichst dir auch die Kritik offen aus. Und das kommt bei den Menschen schon wirklich sehr, sehr gut an. Und als ich dann erzählte, dass du dich verletzt hast, war natürlich als allererstes ganz viel gute Besserung und alles Gute, damit es schnell wieder besser wird. Und das ist ja jetzt Gott sei Dank auch passiert. Und dann kam die Frage halt, die kennst du zur Genüge. Welche Länder außer Amerika gibt es, die du empfehlen würdest zum Auswandern? Auswandern hat dummerweise auch immer was mit Mitteln zu tun. Das heißt nicht, dass man nicht mit 2000 Euro sich auf den Weg machen kann. Auch da gibt es die tollsten Beispiele von tollen Menschen, oft sind es junge Menschen, die sagen, ich spiele all in, ich gehe nach wohin auch immer und ich werde es schaffen. Weil sie sagen, ich schaffe es und dann schaffen sie es auch. Und insofern, da das Geld eine Rolle spielt und auch die Lebensbedingungen eine Rolle spielen, muss man das zweigeteilt beantworten. Es gibt Menschen, die aus welchen Gründen entweder sich nicht trauen, nicht können, nicht wollen, also die irgendwie in Europa bleiben wollen. Oftmals wird mir dann gesagt, ja, ich lasse meine Eltern zurück, aber ich muss ja noch zurück können. Das ist ein ganz blödes Argument. Das ist einfach nur, sich selber anzuschwimmeln, dass es aus Serbien oder Kroatien ein bisschen einfacher ist, nach Hamburg zu fahren. In der Praxis sind das 40 Stunden Autofahrt. Punkt. Okay. Also, und wenn man wohin auch immer geht, ich sage jetzt mal, wenn man nach Panama geht, dann sind das 20 Stunden Flug. Also, ob es in vier Jahren noch ein Flugsystem gibt für heute, wer weiß, ich weiß es nicht. Und insofern sind das natürlich auch Fragen, die eine Rolle spielen. Also, es fehlt bei allen Menschen, die über das Thema nachdenken, oftmals der erste Schritt. Und der erste Schritt ist, dummerweise, das Loslassen des jetzigen Lebens. Wer das nicht schafft, wer nicht das Loslassen praktisch in sein Leben bereit ist, zu integrieren und einzubauen, der sollte bitte, bitte, bitte nicht darüber nachdenken. Lass erst los und denk dann nach und nicht denk erst nach und lass dann los. Das funktioniert nicht. Also, wer dann losgelassen hat und sagt, ich möchte in Europa bleiben, was ich für ziemlich bescheuert halte, aber kann man ja tun. Dann sind meines Erachtens aktuell nur noch die Länder auf dem Balkan zu empfehlen. Das heißt, Kroatien, Serbien, Montenegro, gegebenenfalls auch noch Rumänien und Bulgarien. Das ist jetzt nicht Balkan, das ist mir auch bewusst, aber Länder, die eine eigene Währung haben, die keinen Euro haben. Jetzt kann wieder einer rufen, ja, aber Montenegro ist ja der Euro. Trotzdem ist Montenegro nicht ganz schlecht, weil relativ abgeschieden und noch nicht so überlaufen. Und vor dem Hintergrund gilt in Bezug auf diese Länder aus der Geschichte Lärmung. Wenn man sich anguckt, was diese Länder, die Menschen in diesen Ländern über die letzten Jahrhunderte gemacht und mitgemacht haben, erlebt haben, dann ist es auffällig, dass diese Bevölkerungsgruppen dort allen möglichen Widrigkeiten immer widerstanden haben. Auch den größten Führer aller Zeit, der hatte auf dem Balkan die größten Probleme. Die Deutschen haben den Balkan nie besetzt bekommen, haben die höchsten Verluste auf dem Balkan gehabt im Zweiten Weltkrieg. Insofern ist es vielleicht nicht ganz falsch, aus der Geschichte zu lernen und diese Länder ins Auge zu passen. Und jetzt kommen dann oftmals, ja, aber ich spreche nur Englisch und da muss ich ja Serbisch lernen. Ja, musst du. Ist so. Auswandern heißt Ankassen. Die werden nicht für dich Englisch oder Deutsch lernen. Die Serben sind sehr freundliche Menschen, die Kroaten auch. Also ich kenne die Länder, ich weiß schon, wovon ich spreche. Ja, aber das war nicht so das, was ich mir vorstellte. Hey, das Leben ist kein Wunschkonzert. Das sind Länder, die erschwinglich sind, wo man eine hohe Kaufkraft für den Euro hat und wo man mit sehr bescheidenen Mitteln sofort hinfahren kann. Und wenn man dann noch vorher sich einen Callcenter-Job zum Beispiel sucht oder einen Remote-Job, den man in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz oder in den USA, wenn man gut Englisch spricht, in den USA gibt es für einen Callcenter-Job das Doppelte wie in Deutschland. Das muss man halt nur wissen. In den USA verdient man zwischen dreieinhalb und viertausend Dollar für einen Callcenter-Job zu ganz normalen Arbeitszeiten und wo man sich noch ein- und ausloggen kann. Man muss nur pfiffig sein und mal Ideen entwickeln, wenn man wohin auch immer gehen will. Und dann, angenommen man hat jetzt einen Callcenter-Job mit 2000 Euro, jetzt kommen wieder welche an, ja, wir sind die gut bezahlten. Ja, ich rede ja nicht von den schlecht bezahlten. Also man hat einen gut bezahlten Callcenter-Job oder hat sich dorthin gearbeitet dann auch. Das gehört im Leben auch dazu, dass man ein bisschen mal erst Leistung bringt und dann sich weiterentwickelt. Dann hat man in diesen Ländern, die ich gerade erwähnte, ein hervorragendes Ausgaben. Ich halte nichts von Portugal, ich halte nichts von Griechenland, ich halte nichts von der Türkei, ich halte nichts von den ganzen nordischen Ländern. Finnland ist eine kleine Ausnahme. Das sind nur Parkplätze. Das sind Parkplätze, um weiterzuziehen, meines Erachtens. Und Holland ist zurzeit ein sehr stark genutzter Parkplatz. Da warten ganz viele auf die Weiterreise. Es sind Parkplätze, aber es sind keine Auswandlungsländer. Auswandlungsländer. Auswanderung innerhalb von Europa, meines Erachtens nur auf den Balkan. So, und jetzt auswandern in die weite Welt. Da gibt es nach wie vor genug Ziele. Ich erzähle mal, was alles gar nicht geht. Tansania und dieser ganze ostafrikanische Traum zerplatzt gerade. Das habe ich vor einem Jahr den Leuten schon gesagt. Und habe gesagt, das ist eine der dümmsten Ideen, in ein Land mit 115 Stämmen zu gehen, wo es überhaupt keine friedliche Tradition gibt über längere Zeit. Und das ist wie auf ein Pulverfass zu gehen. Und jetzt stellen die Leute fest, oh, das ist doch nicht so toll da. Das ändert sich da ja alles, komischerweise. Als Parkplatz ist Dubai auch ganz gut aktuell, wenn man die Mittel hat. Weil Dubai für ab 55-Jährigen ein gutes Visa-Programm hat, was wirklich als Parkplatz funktioniert. Alle asiatischen Länder, bin ich aktuell und war ich schon immer der Meinung, sind schwierig als Auswanderungsländer. Das sind traumhafte Länder, um dort zu reisen. Das sind traumhafte Länder, um tolle Menschen kennenzulernen. Die Menschen sind sehr freundlich, aber sie sind vordergründig nur freundlich. In aller Regel. Das heißt, sich in welchem asiatischen Land auch immer zu assimilieren, ist deutlich, deutlich, deutlich schwerer als in den meisten anderen Ländern der Welt. Weil so schön Philippinen sind, so schön Indonesien ist, so schön Java ist, so schön Thailand ist. Ankommen ist da verdammt schwer. Das muss man einfach mit einpreisen, wenn man das möchte. Aber man kann auch da noch hinkommen. Es ist extrem schwer zur Zeit von der Einreise, aber man kommt in jedes Land, wenn man es will. Das ist der Punkt. Japan zum Beispiel ist ein tolles Land, aber dort zu assimilieren, ist unmöglich. Und deswegen kommen wir bei Auswanderungen aus meiner Sicht für Europäer immer wieder auf den amerikanischen Kontinent. Von Alaska bis Feuerwehr. Weil das sind klassische Auswanderungsländer oder Einwanderungsländer, je nach Betrachtungsweise. Und dort sind die Menschen nun über 200 Jahre, oder länger, eingewandert. Und jetzt sagen manche, ja, und was die alles angestellt haben, ja, haben die. Bestreite ich ja nicht, dass es da Dinge gegeben hat, die nicht in Ordnung waren. Aber das ändert ja nichts daran, dass es in diesen Ländern heutzutage eine große Offenheit und eine Willkommenskultur gegenüber Einwanderern gibt. Und dann muss man sich jetzt die Länder wiederum anfangen. In die USA reinzukommen ist so die Königsklasse, wenn man es mal so formuliert. Weil entweder Green Card oder Investorenvisum, Investorenvisum ab 100.000 Dollar aufwärts seriös machbar hat. Diese ganzen Storys mit 50.000 kriegst du schon eins. Ja, okay, dann mach es mit dem und wundere dich nicht, wenn du auf die Schnauze fällst und zurückfährst. Also ab 100.000, besser 150.000 Investorenvisum oder Green Card, Green Card spielen, ist auch sicher ein guter Weg, wenn man in die USA möchte. Kanada halte ich für absolut grenzwertig. Es werden seit neun Monaten praktisch, wird die Einwanderung aktiv behindert. In Kanada gibt es sehr, sehr komische Situationen, wenn man in das Land einreist mit Pflichtquarantäne im Hotel für 1800 kanadische Dollar. Das ist ungefähr 1500 Dollar hier. Das ist ungefähr 1200 Euro. Das ist eine Menge Geld. Wenn man dann dort einen positiven Spaßtest erledigt hat, dann kommt man in ein Lager. Ich kenne Menschen, die das erlebt haben. Die wollen aber über das Lager nicht erzählen. Also ich würde nicht nach Kanada fahren. Zum jetzigen Zeitpunkt halte ich mich für ein Auswanderungsland. Mexiko ist das einzige Land, wo man noch ohne per CR-Test aktuell einreisen kann, wenn man aus den richtigen Ländern kommt. Und komischerweise fliegt ja aus Deutschland nichts mehr nach Mexiko. Völlig. Also man muss nach Amsterdam fahren, wenn man nach Mexiko will. Aber Mexiko ist eines der besten Länder, um auszuwandern. Das ist für manche Menschen dann wieder etwas zu teuer, weil die nachzuweisenden Mittel für die Residente permanente halt mehr sind. Dann ist ein Land, was hoch gehandelt wird, bei mir aber nicht mehr seit einigen Wochen Costa Rica. Costa Rica hat sich aber diesem ganzen WHO-Wahnsinn aktiv angeschlossen. Der Präsident ist ein bisschen sehr komisch in seinen Äußerungen. Deswegen würde ich bei Costa Rica zurzeit eine Pause machen. Tolles Land, nicht falsch verstehen. Man kann die ganzen mittelamerikanischen Länder nehmen. Ich würde nicht Honduras nehmen. Ich würde nicht Nicaragua nehmen, weil das Länder direkt auf der Flugroute sind, von Menschen zu migrieren. In Mexiko muss man auch von den Migrationsrouten wegbleiben. Panama ist immer ein tolles Land, einzuwandern. Panama hat tolle Einwanderungsprogramme, die für viele Menschen erschwinglicher sein können, ich sage das bewusst so, als die Programme in Mexiko. Dom Repp wird immer wieder genannt, ist natürlich geisteskrank. Wer in so einer Situation auf eine Insel geht, muss sich bitte auch klar machen, dass er auf dieser Insel dann sehr lange zu sehr unangenehmen Konditionen getrebt sein kann. Nebenan liegt auch noch Haiti, sollte man vielleicht nicht ganz vergessen. Das ist nun auch nicht ein Land, wo gar keine Konflikte möglich sind. Und dann liegt Dom Repp mit Haiti noch zusammen in einer der Haupt-Hurrikan-Routen. Das ist Geschmackssache. Ich bringe niemanden in die Dom Repp, aber wenn einer darauf besteht, kann ich natürlich auch erklären, wie man da hinkommt. So, und dann gehen wir über nach Südamerika. Kolumbien ist ein tolles Einwanderungsland, wissen die wenigsten. Ist auch nicht wahnsinnig schwer. Ist nicht gefährlich, was in Deutschland immer erzählt wird. Medellin und ja, alles gut. Duisburg-Marxloh ist wahrscheinlich gefährlicher als Medellin an vielen Orten. Und ja, das ist doch alles nur Storytelling. Das sind Narrative, die die Menschen abhalten sollen, aufzubrechen. Die, die nach dem Motto, wir brauchen ja noch welche, die hier Steuern zahlen. Das ist doch der wahre Grund. Und Bolivien ist ein tolles Land, muss man aber mögen. Also es sprengt jetzt den Raben. Nach Peru kann man nach wie vor reinkommen. Ist aber auch, wenn man so will, das deutscheste Land in Südamerika. Chile sollte man nicht nehmen, weil Chile voll auf dem, nennen wir es mal, WHO-Track fährt. Argentinien ist auch ein bisschen schwierig. Brasilien ist viel besser, als es dargestellt wird. Also lange Rede, kurzer Sinn. Von Feuerland, äh, kurz, von Alaska bis Feuerland gibt es wenigstens zehn Länder, die alle Sinn geben und wo man noch ganz problemlos hinkommen kann. Wobei die Einwanderungsvoraussetzungen, die Mittelvoraussetzungen sehr unterschiedlich sind. Ja, würdest du sagen, für jemanden, der sich jetzt auch den Weg machen will, also für den die Entscheidung gefallen ist, würdest du dem raten, im Zuge der Auswanderung, also das Verlassen des eigenen Landes, dem Transit über andere Länder bis hin zur Einreise, dann die Zähne zusammenzubeißen und bestimmte Dinge eben in Kauf zu nehmen, wie zum Beispiel ein PCR-Test? Also das ist jetzt eine schwierige Frage. Dinge in Kauf nehmen, Zähne zusammenbeißen, Blutschweiß und Tränen, das sind Sachen, die in meinen Videos auch vorkommen, weil Auswandern ist keine Party. Und wer da mit der falschen Einstellung rangeht, der macht meines Erachtens was falsch und programmiert gegebenenfalls auch seinen Scheitern. PCR-Test, also ich würde keinen machen, aber wenn ich jetzt in der Situation stehe, ich stehe Gott sei Dank nicht in der Situation. Und deswegen ist diese Frage, die ist echt fies. Mexiko ist das einzige Land, wo ich noch ohne PCR-Test reinkomme, aber die Bearbeitungszeit der Visa ist im Augenblick gorten schlecht geworden. Und jedenfalls in Deutschland. Und insofern, ja, wenn ich nach Panama will, brauche ich den PCR-Test. Es gibt da mittlerweile auch einen Graumarkt für PCR-Tests, aber da kenne ich mich nicht aus und möchte mich mal ausprobieren. Das ist mir auch schon zu Ohren gekommen, ja. Ja, also es ist wirklich einfach sehr erstaunlich, welche umfassenden Kenntnisse du auch zu den einzelnen Ländern hast. Und das muss ich sagen, ich kann mir vorstellen, ich glaube, dass du damit vielen, vielen Mut machst, weil ich glaube, dass ja so ein bisschen auch dadurch, dass wir hier eben in dieser Blase leben, wie du selber auch schon gesagt hast, wir erfahren ja nicht die Wahrheit hier über die einzelnen Länder. Und selbst wenn wir jetzt googeln, ist es ja nicht so, dass mit einmal die Wahrheit dort verkündet wird, sondern auch das ist ja alles schon vorzensiert sozusagen, was uns gezeigt wird. Und deswegen ist es auch für mich so wertvoll, Menschen persönlich zu sprechen und ihre Erfahrungen mitgeteilt zu bekommen. Und gerade jetzt eben mit deinem Wissensschatz und deinem Erfahrungswert, damit machst du mit Sicherheit ganz, ganz vielen Menschen Hoffnung und nimmst auch ein Stück weit Druck. Das finde ich einfach ganz, ganz großartig. Und dafür möchte ich auch wirklich auch von meiner Seite ganz doll herzlichen Dank sagen. Also ich habe dich ja zufällig entdeckt, dein Kanal. Und es war für mich einfach so, dass ich gedacht habe, wow, das sind auch Informationen. Weißt du, es gibt Kanäle, da wird, sage ich mal, um den heißen Brei rumgeredet. Da werden auch manchmal schon Dinge vorausgesetzt, die ich wissen müsste. Und das passiert bei dir nicht. Und das finde ich wirklich sehr, sehr wertvoll. Ganz, ganz vielen Dank für deine tolle Arbeit. Gerne. Danke für das Kompliment. Und mal googeln. Kommt morgen oder übermorgen ein Video, was den Menschen mal erklärt, wie man im Internet die Informationen findet, die einem nicht gezeigt werden soll. Super. Na, perfekt. Das finde ich doch klasse. Super. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und ich weiß jetzt schon, dass ich begeisterte Zuschriften bekommen werde. und dass die Menschen sich auch schon vor, es ist ja eine kleine Gruppe. Es sind jetzt aber immerhin schon 2000 Leute an dieser Gruppe und es sind tolle Leute darin. Also ich habe kaum Streit oder Auseinandersetzung oder sowas. Und das trägt mich auch ein Stück mit, dass das so ist, in der heutigen. Ja. Ja, alles Gute an meine Zuschauer. Alles Gute nach Deutschland. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.